Ich greife dem Ganzen einmal vor, ein liebevoller Umgang, auf den darf man nicht vergessen. Also vielmals ist es ganz einfach ein Vergessen auf das, was wirklich wichtig ist. Das sind vier gewichtige Punkte, man sollte reflektieren, was geschieht da, was passiert da, was tue ich? Ist das, was ich tue, wertschätzend? Ist es rücksichtsvoll, was ich da tue? Hege und pflege ich einen liebevollen Umgang miteinander und bin ich ehrlich? Dann leiste ich im besten Fall keine Beziehungsarbeit, als dass ich anfange, am anderen herumzudoktern. Weil man versucht ja, den anderen dahingehend zu bewegen, als dass diese Beziehung dann so läuft, wie man es selber gerne hätte. Und das ist Beziehungsarbeit und das funktioniert aber bei sich selber. Da hat es dann sehr gut funktioniert, weil plötzlich bei jedem irgendwo so dieses Verständnis aufgekommen ist für den anderen. Und man sich auf das wirklich rückbesonnen hat, um was es geht. Das ist einfach das Thema gewesen, dass man sagen, hörst, ja dann tun wir halt und dann tun wir gescheit. Und da möchte ich jetzt den Marco noch einmal, immer wieder komme ich zum Marco zurück. Gerne. Und speziell wenn es um die Liebe geht, es wird man weniger denken, sondern mehr aufs Bauchgefühl hören. Und jetzt komme ich wieder zum Marco, was er gesagt hat, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich sage auch immer, wann ein Schnelltest in Liebe ist, nicht brauche ich dich oder muss ich bei dir sein, sondern wollen wir beieinander sein.